ja und dann geht es weiter mit der forest. so damit ich ein bisschen beim schneiden den markt schützen kann ich mir da beim aufnehmen. gut okay heute geht es weiter mit der base leider zum heute nur zu dritt der nils der eigentlich kim heißt und obwohl das spiel lag gerade zu mich. habe ich gerade ein update am laufend? ne eigentlich nicht. ist heute leider nicht am start. dafür die yvonne und der piet. ich bin jetzt richtig im kopf ab. perfekt. okay. hier waren irgendwelche beeren oder so aber die können wir... ja ich habe irgendwas gerade gegessen. wie man das immer gerne macht. dann isst man halt so zwischendurch mal irgendwas. so was ist heute geplant? genau heute bauen wir uns unsere base ein bisschen weiter auf. und da liegt das gerade ziemlich extrem. entweder liegt das an mir, an meinem internet momentan oder es liegt einfach... es kann auch sein, ne. ich bin nicht am hochladen, bin ich am hochladen. ich guck mal nach, ob ich was am hochladen bin. nur ein stück ist durch. alter das ist aber schlimm heute. sorry liebe leute, falls das irgendwie ein bisschen leckt. ähm... ja was ist der plan heute genau? heute wollen wir uns so ein bisschen aufbauen. das ist irgendwie so ein bisschen, dass wir da ein bisschen wohnlicher werden. mal so ein bisschen Wände und so. jetzt brauchen wir dann Holz. und dann würde ich sagen, gehen wir dann irgendwann auch mal ein bisschen in den Untergrund. wenn man so in den nächsten folgen. weinah schon wieder vom baum erschlagen worden hier. Leute, Leute. ja passt auf, aber wir sind ja da. alles gut. so, wieviel brauchen wir denn überhaupt noch? 27 stück. wir sind jetzt da. ja das können wir ja sagen, dann erzählen wir uns jetzt. wir sind auch da. ich glaube, wir sind ja da. wir sind da. wir wenden und da. ich meine die wollen wenn du magst zum beispiel kannst du ja vielleicht ein bisschen jagen gehen ein bisschen fleisch besorgen oder sowas bisschen wild besucht ich habe besucht was mag ich nicht hier kolleg ist tot so dann mache ich bei uns ein feuerchen ich hoffe ich kann jetzt in ruhe angehen ich verbrenne unseren muss die klaus man war noch ein bisschen frischfleisch ja der boss wir kommen sie komischerweise schon viel früher wir sind ja jetzt erst richtung tag vier wenn es richtig im kopf habe ja aber wenn ich komplett sind wir können nicht schlafen überhaupt nicht weil das ding noch nicht geladen ist stimmt ich muss das essen dringend ja ich hab theoretisch auch kurz fleisch ich hab auch gerade ein paar fische gefunden aufgehangen ich baller gerade noch ein bisschen fleisch aufs feuer ich kann auch trotzdem mal gucken ob dabei nur noch was besucher ich höre doch noch so ein einzelman jungen hier vorne zu wollen ist denn die blöde stange ich sehe die gerade nicht das fleisch ist ja hier genau weil ich muss ganz dringend essen das ist alles rohes fleisch auf dem grill liegt was ja so ich habe was getrunken wenn es auch nur alkohol ist so perfekt fleisch ist es fertig falls ihr haben wollt ne ihr könnt hier was essen so zwei stücke auf dem feuer ja oder nehmen wir mal ein bisschen raus das war so wie verbrennt oder so ne was hoch wie erwarten wir es hat ja ektid stoffe medizin so so ja das ist so ein bisschen sie ist aber ganz verbundlich das ist keiner von uns das ist irgend so ein leuchter heidi ja 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 eche ist aber hartnäckig habe ich mich die ganze Zeit nicht getroffen aber er mich irgendwie Hilfe, ich klicke hier so rum. Ich glaube, ich habe Besucher, aber auch bei mir irgendwo zwei Leute müssen das, glaube ich, sein. Ich bin schon wieder tot, weil ich die Axt ausgibt. Ich habe Medizin noch. Wir kriegen noch eine Person, die Anna kommt noch gleich dazu. So, ich habe dich jetzt gerecht. Eigentlich müsste ich die Medizin noch haben, oder nicht? Snack, Schädel, Alkohol. Ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich keine Medizin mehr habe. Kann irgendwer Medizin droppen für mich vielleicht? Wir sind auch neben dem Hucksack. Hä? Neben dem Huckuck. Ah, hier. Ja, ja, okay. I see. Okay. That's it. Hm. doch wir sind aber minimum zwei bis drei leute das ist das problem jetzt ein bisschen ja das ist genau das was ich gerade anmerken wollte hier auch noch noch mal was leckeres